Gut. Bin ich ready? Oh, bin ich auch. Geht das los? Oh, und es fällt Schnee. Wer wär das? Ist jetzt auch gleich direkt die neueste, ne? Vor acht Tagen, glaube ich, ist das Ding rausgekommen. Erste Stable. Ich bin ganz begeistert. So. Und du spielst jetzt auch an deinem Tuxedo, ne? Ja, an dem Tuxedo. An dem Oldschooler. Beim guten... Weiß ich nicht... Ende 2015, Anfang 2016 Beschafften. Hochkerner. Mir fällt seinen Namen nicht rein. XC1706, glaube ich. Ja, 17 Zoll, ne? Ja, schon ganz schöner Trümmer. Das sind noch mehr als 17 Zoll, oder? Weil ich glaube, 1706 heißt. Dann ist das so. Ich hab mir nie drüber Gedanken gemacht. Neue Konstruktion. Neue Konstruktion. Neue Konstruktion. Neue Konstruktion. Aber, äh... Der macht das hier. Der macht das. Ja, ich bin hier an dem Tuxedo, äh... Polaris 15. Das klingt ein bisschen neuer als meiner, wenn ich so ehrlich sagen darf. Ja, ist ein Tick neuer. Aber wahrscheinlich nicht sehr viel neuer, oder? Also... Von was reden wir da? Ne, ne, ne. Also der hat, äh... Der hier hat 32 Gramm und... Ein, ein... Ne, 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 ein, 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 ein... AMD Ryzen. Building ready. Eine, äh... 2060. Das ist schon ganz nett. Und, äh... Ich hab auch jetzt noch nichts gefunden, was irgendwie ruckelt. Oh, oh. Das ist... Ja, das... Ich mein, früher war es halt immer so. Dann hat man, äh... Spiele gehabt, die haben... Daran gewöhnt. Spaß in Geschichten, von wegen, äh... Läuft durch den Gang. Es fängt ein wenig an zu ruckeln, du weißt. Gleich kommen Feinde. So, jetzt hab ich wieder gelabert und... Building ready. Hast du wieder nicht aufmerksam genug. Mann, Mann. Wo soll das nur enden mit dir? Genau. Ja. Ich muss ganz ehrlich, äh... Was heißt... Ehrlich. Ist ja auch mal an der Zeit irgendwann. Nach so ein paar Jahren darf das ja mal passieren. So, jetzt. Mit Starbase, Startopia. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das eventuell noch an der nicht ganz ausgereiften... Engine liegen könnte, die der Verwendung findet. Also... Oder an der... Unoptimierten Unity Engine, die der Verwendung findet. Da... Ja. Ist also irgendwo zwischen 20 und 30 FPS... Auf max. Das ist so... Da fangen langsam die Knochen an die zu tun. Das hat doch auch RTS-Elemente, oder nicht? Bitte? Das hat doch auch irgendwie RTS-Elemente. Also so... Jetzt nicht so wahrscheinlich RTS wie... Was ist das hier jetzt? Aber... Äh... Du meinst jetzt, äh... Hier Dingens? Ja, ja, ja. Space... 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 Startopia. Ich komme auch ständig durcheinander. Weil das ist ja ein wildes Zusammenwürfeln aus allen möglichen Namen. Er ist ja... Ein uraltes Spiel, ne? Och, du... Äh... Moment... Jetzt komme ich durcheinander. Wie hieß das? Startopia. Also das Ding von den Ex-Bullfog-Mitarbeitern. Das ist ja irgendwie 2001, 2002. Also ja, uralt. Stimmt. Okay, es ist uralt. So ein typisches... Hä, das war grad mal drei Jahre her, und dann sind's doch 20. Anpassieren. Man kennt es. Snackern wir mal nicht die ganzen guten Ressourcen weg. Du hast da oben auch noch welche, und ich für die beiden unten. Ja, ja. So machen wir das. Strom, bitte noch. Sander. Fette, fette Fabrik. Ach ja, Modul. F4. Building ready. So, soll ich dir den Krieg erklären, oder machen wir das erst später? Fluide Diplomatie nennt man das, glaub ich. Was ist das denn? Was ist das denn? Wie kommt das schon an mit seinen... Ah, mit seinen krassen Flugeinheiten. Ich hab natürlich maximal verkackt, weil ich auf Erkundungstour war. So muss das. Was ballert da oben auch. Ja, ja. Dein Ubi. Du bist angegriffen übrigens. Ja, du... Ich bin da nicht so... Ich bin da ganz unemotional. Ich merk das gar nicht mehr. Ja. Stich drüber, du. Stich drüber. Ich bin bereit. Dann lass dich schon tot. Genau. Ja. Wir haben festgestellt, im Gegensatz zu unseren vorherigen Runden, die AI dann jetzt doch etwas galanter, etwas dem nicht ganz so souveränen Spieler zugeneigt. Das war mal anders. Jetzt ist er bei dir, glaub ich. Ja. Oh Gott. So, was kann ich denn jetzt alles hier bauen? Training. Cancel. Was? Nein, jetzt hat er schon zwei. Oh, unangenehm hier. Ich brech die Tür nicht mehr zu. Aha. Endlich wieder Ruhe. Endlich wieder Ruhe. Unit ready. Aber wir könnt ja auch einfach mal, wenn er hier immer so angeschissen kommt... Wo ist denn meine Verteidigung hier? Mag ich die mal da drüben, ist das gut. Ja, das ist natürlich jetzt die nächste interessante Frage, ob die Verteidigung jetzt ein bisschen smarter ist. Und ein bisschen mehr aushält. Bei mir ist das noch ausgegraut. Ich glaube, die kommt mit der Light Factory. Ah ja, die baue ich gerade. Unit ready. Cancel. Beholding. Ah. Ja, da hat er sich gedacht. In dein Gesicht rein. Oh, hast gesehen, da ist einer rausgefallen. Das passiert ab und an. Das war natürlich nicht unsere Intention. Und wenn wir hier sind. So ein armer, unbewaffneter... Ballonfahrer. Ballonfahrer. Weil sich Hochzeitsreise oder so im Ballon... Zack. Nein. So sind wir nicht. Unit ready. Door Tank. Ja, guck mal, jetzt kann ich auch hier Defense bauen. AA Turret. Receive and move out. Awaiting or ignored. Und weil wir das Spiel ja schon ein bisschen kennen, bauen wir direkt noch mal ein bisschen Strom hinterher. Genau, genau. Das ist auch so the best... ...Advice, den man irgendwie irgendwem geben kann. Baut Strom. Baut viel zu viel Strom. Ich habe im Moment 262 auf der Haben-Seite. Und baue ein Technologie-Download-Center und das zieht mir zweifeln aus und ab. Objekt Artillerie. A-A-Artillerie? Ja. Ich seh's. Schisch. 2.1. Nein. Weglaufen. Oh mein, da brauche ich's da rüber? Nee, natürlich nicht. Ja, gut, das ist Artillerie. Steh ich jetzt auch ein bisschen doof da? Oh, ich hab nix. Ich hab doch nix. Was ist da los? Äh, Raiderdom heavy factory double... ...Lostock. Warte mal, warte mal. Kann ich nicht hier, äh... Da. Du kannst, mein Freund. Kann ich ja. Was ist denn bei dir gerade passiert? Building ready. Ich hatte doch Verteidigung, denke ich. Oh, dieses Spiel macht einen fertig. Ja. Aber... Sowas von. Rainbase war's nicht. Ich glaub das war Strom. Wir kriegen Besuch. As you wish. As you wish. As you wish. Unit lost. Yes sir. Schon deutlich weiter als lost. Ich bin irgendwie noch am... Awaiting order. All this received. Unit lost. Irgendeiner muss ja hier die Kohlen aus dem Feuer holen. Building ready. Yes sir. Building ready. Awaiting order. Yes sir. And route. Target lost. Unit ready. Unit ready. Uh... Das tut weh. Building ready. Unit ready. Building. Ah. Building captured. Ich hab ihm so den Turm weckerippt. Da guckt er sparsam, sag ich dir. Weiß. Auf jeden Fall. Unit ready. Unit ready. Building ready. No power construction. Iodis. Boah. Diese kleinen Artillerie-Dinger, ne. Die sind ja richtig mies. I'm ready. Die haben schon richtig Feuer. Unit lost. Unit lost. Unit lost. No power. Nein. Kein Strom. Da ist es. Da ist es passiert. Kannst hier auch ausschalten, die äh... On my way. Order. Na? I'm ready. No power. Hab mal gelesen, dass das gehen soll. Oh. Ah, da kommt er mir herbeigeeilt. Ah, mein Retter in der Not. No power. Das ist schon so ein nicer Dude. I'm ready. On my way. Unit ready. On my way. Ah. Unit lost. Unit ready. Unit ready. Ein bisschen Safety. Receiving. As always. Aber, äh... Der geneigte, regelmäßige Spieler dieses großartigen Titels... Wird sich natürlich der Tatsache bewusst, dass wir hier auf hohem Niveau spielen. Äh, ja. Und nein, das Husten war nicht sarkastisch gemeint. Pff, da hat es meine Flugeinheit erwischt. No power. Boah. Training Stromski. Ich muss mal stumpf irgendwie 3 Millionen Sachen bauen. Hauptsache es ist irgendwas denn. Ohne was passiert. I'm ready. Yes sir. Mein Artillery Turm wird geartilleried, glaube ich. Von einem Artillery Turm. Bin mir der Ironie dieser Aussage bewusst. Oh, wow, das sieht gut aus. Yeah. So, jetzt hab ich auch Panzer. Was machst du den ganzen Tag? Unit lost, lost. Unit ready. Unit ready. Unit ready. I'm ready. Building ready. Zeig. Wird kein Geld akquiriert. Ich hab gerade meine gecaptured, meine so fein säuberlich gecaptured Raffinerie verloren bei dir oben an der Ecke. Unit ready. Was mich schwer im Traumatisier hinterlässt. Unit ready. Sehr gut. Rocket Troops gegen Flugzeuge, 1A-ID Und wir haben eine A-Bomb Kann ich eigentlich auch mal mitmachen? Also, sie ist auf dem Weg zu uns, wollte ich damit sagen Bezeihung, ich habe da falsche Erwartungen geweckt Ich habe das auch gemerkt im Nachgang Dann müssen wir ihn aber möglichst schnell Lass uns doch mal schnell ein paar Einheiten sammeln, wir haben doch A-Bomb Ja, da geht noch einiges Also A-Bomb werden wir ihm noch richtig schön da unten mit der Artillerie zusetzen Das findet er nämlich, glaube ich, gar nicht lustig Ich habe dann mal schlussend auf das Powerplane gelatzt Zack So, aber wie sieht es denn hier mal mit Einheitenproduktion aus bei mir? Was ist denn da so mittlerweile auf dem Minus? Ein bisschen was habe ich da stehen? Aber ich merke halt auch, dass ich mich noch gar nicht so richtig mit den Einheiten auseinandergesetzt habe, die es da so gibt Oh, oben rechts, ich hoffe ich nicht so genauer Ach, das ist jetzt so schön, Mensch Ja, auch Ja, das hat er sich jetzt gedacht, aber... Nicht mit mir, nicht mit Commander Ja, du hast jetzt auch eine, ist das gut? Was habe ich? Du hast jetzt auch eine Atombombe Ja, ja, ich habe mir gedacht, ich halte da mal dagegen Uh, was war das? Es sind... ich habe so das Gefühl, es sind irgendwie neue Soundfiles dabei gekommen So, das ein oder andere fühlt sich deutlich... aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein Jawohl, und Stroh nochmal down... Ach, Gummell, wie das läuft! Man bricht Rodine, ne? Ja, irgendwann hat was... so ein paar Kniffe halt dabei... Werde wieder gebaut hier, mein Verrückter Und natürlich schießt der... der Artillerie nicht, ne? Ich weiß, wir haben früher mal eine Version gespielt, da gab es auch diesen Renaissance-Tank Der auch für irgendwas gut war, und immer wenn du den gebaut hast, gab es den einfach nicht Also, deine Energie war weg, und er sagte auch Unit Ready, aber es kam nichts aufs Feld, war super Aber bemerk das mal, wenn du in Panik bist und baust Gerade 2.000, 3.000, 4.000 Energie in den Sand gesetzt hast, für nichts Oh, friendly fire! Ha! Man kann seine Main Base einnehmen in den Megatank! Ist das legal? Ich denke, ja! Das ist ja großartig! Das ist toll, ja! Na gut, warum nicht? Kannst du eigentlich auch Einheiten damit übernehmen? Ich glaube nicht! Das habe ich noch nicht getestet, haben wir noch irgendwo eine Einheit durch Zufall? Ne! Kein Hacker-Tank, ne? Also, ich habe noch 2 Hacker-Tanks, haben wir noch eine Einheit, meine ich? Ach so, ne... Wir haben schon alle vernichtet! Ja, schon durch die Lauge hier! Ja, schon durch die Lauge hier! Als allerletztes Gebäude für die Atombombe zerstört, weil, was soll schon passieren? Ja! Ich bin sicher! Der Besser ist sicher! Units ready! Building captured! Jeeeey! Ich habe gewonnen! Aber, äh... Das war gut, du! Ja, erstaunlich! Nach unserer letzten Blamage habe ich hier jetzt mit sonst was gerechnet! das hat mir richtig gut gefallen dann 20 spieler hinzugekommen seit wir angefangen haben ich denke wir haben das einen kleinen halb ausgelöst